Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Gestern gab es ja unsere Auswärtspleite gegen Fortuna Düsseldorf, sicherlich eines unserer schwächsten Spiele in der aktuellen Saison. Nach dem Spiel haben sich auch Martin Freisel sowie Abwehrspieler Mannik Schau zum Spiel geäußert. Und Schau sagte folgendes, jeder Einzelne muss sich hinterfragen, was in Düsseldorf falsch gelaufen ist. Niemand von uns hat seine Leistung gebracht. Bereits am Freitag steht das nächste Spiel an, deshalb müssen wir den Offen in Düsseldorf ganz schnell aufarbeiten. Wir können es uns nicht leisten, unnötig Punkte zu verlieren. So etwas darf uns nicht noch einmal passieren. Das sagte also Schau, der wie natürlich auch alle anderen keinen guten Tag hatte. Ich will ja jetzt gar keinen rauspicken, aber auch eben Malik Schau war alles andere als gut und hat das hier nochmal wieder auf den Punkt gebracht, dass halt jetzt extrem wenig Zeit liegt zwischen Sonntag und Freitag, zwischen schlechtem Spiel und nächstem Spiel. Aber vielleicht ist das ja auch ganz gut. Martin Freisel wurde nach dem Spiel nochmal etwas deutlicher. Wir haben von Anfang an nicht gut ins Spiel gefunden. Viele von uns sind nicht an die Leistungslimit gekommen. Wir haben uns einfach zu viele Fähigkeiten im Aufbauspiel geleistet. Mal ist der Ball jetzt ausgerollt, mal war der erste Kontakt schlecht, mal die Ballmitnahme nicht gut, mal haben wir nach hinten gespielt anstatt aufzudrehen. Vom Kopf her waren wir nicht da. Das muss man ehrlich so sagen. Noch sind 36 Punkte vergeben. Davon müssen wir so viele wie möglich holen. Trotz Anierlei in Düsseldorf sind wir weiter in den Schlagdistanz zu den ersten drei Plätzen. Und damit ist auch wirklich gut gesagt, was Martin Freisel da ausdrückt. Denn es ist ja auch wirklich so. Es war jetzt ein rabenschwarzer Tag in Düsseldorf, was da gespielt wurde. Aber der Blick nach vorne ist natürlich genauso wichtig jetzt, wie der Blick, was wirklich genau falsch gelaufen ist. Und wenn man das beides hinbekommt, dann bin ich mir sicher, dass sie gegen Paderborn am Freitagabend schon wieder ein ganz anderes Gesicht sehen werden. Weil man eben auch in der aktuellen Saison immer wieder gesehen hat, dass Schalke diesen Turnaround zwischen schlechtem Spiel und gutem Spiel, besser gesagt zwischen schlechten und guten Ergebnissen, durchaus hinbekommen kann. Eure Meinung zu Chaus und Freisels Aussagen gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.